So, damit begrüße ich euch zu Teil 2 bzw. Teil 4 der Timelapse von Essen Hauptbahnhof. Und zwar geht es dieses Mal um den Anschluss von Essen Hauptbahnhof Richtung Essen Steele und Richtung Essen Grey und Gelsenkirchen, also der ganze Anschluss Richtung Osten raus. Das war ein bisschen schwieriger, denn da sind einige Überwerfungen dabei. Ich habe mich dann letzten Endes dazu entschlossen, keine Überwerfungen zu bauen, sondern das Ganze mit ganz normalen Brücken zu bauen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch so auch und ja, Meinungen und Äußerungen sind wir immer gerne im Chat gesehen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Timelapse. Das wird höchstwahrscheinlich wieder ein Dreiteiler und ich hoffe, da nehmt ihr ein paar Intuitionen mit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao. 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 Ciao.